Elon Musk startet eine Rakete, die nach vier Minuten mit 4.600 Tonnen Treibstoff explodiert. Mein Aufruf an die Klimakleber. Klebt euch an die Raketen von Musk, an die Yacht und Privatschätze der Reichen, an die brennenden Panzer in der Ukraine, an die Kohlekraftwerke in China, an die Skihalle in Dubai, an das Flugzeug von Baerbock und hört endlich auf, der arbeitenden Bevölkerung auf den Sack zu gehen.